Ich will die Begrüße machen, okay, nice. Wir, Leute, willkommen zu einem Video von mir. Boah, ich werf. Ey, der klaut mir das Eis. Du hast es bekommen, das. Bekommen. Das ist mein Eisender. Das hab ich gefunden. Okay. Die sind eh entdeckt. Das stimmt. Und Leute, deshalb willkommen wieder um 12 Uhr online. Wenn nicht, dann bin ich dumm und hab keine Zeit. Das ist auch richtig. Ich weiß noch nicht. Niki, du hast in den letzten Part gar nichts gesagt. Ich bin mein Freund nicht. Seht man überhaupt. Bei mir sieht man... Doch, bei mir sieht man. Ey, guck mal, sieht man mein Auge. Wo hab ich eigentlich das ganze Quarz her? Hier, wir cheaten. Spaß. Ah, ich kann Fackeln machen, ne? Ja, könntest du mir vielleicht mal ein Schwert geben? Ich kann hier übelst viel, übel... Ah, ich kann mir selbst eins kochen. Ist das auch ein Steinschwert? Ja. Ah, ich kann die so schlauern. Stimmt, ist voll normal. Drei, vier. Das Christkind trinkt wieder Bier. Ich hab's nur mal gefangen, hat er einfach 27. Hier, komm zu mir. Das ist ein Steinschwert. Ja Leute, jetzt ist der Server. Der wird zu Ultra HD geil. Ich mach's einfach viel ein. Mit euch wird der noch geiler. Was? Mit euch wird der noch geiler. Aber er hat leider nur 6 Slots. Ja, krieg ich was? Das wird sonst viel zu teuer. Hier. Mein Eisen. Unser Eisen. Ich brauche nicht, ja. Essen? Hier kriegst du Essen. Ja, rein. Ich sprigge statt. Ich hab die Steinschwert gegeben. Ich hab zwei Leder. Damit kann man ja gar nicht. Ich hab ein Leder. Machen, Kritzi. Was ist? Ich kann die Steuerung anziehen. Wir können wechseln, oder? Nein, ich kann auch ja. Ich drück hier. So ein Sprig drück ich hier drauf, weil es auf der PS4 so ist. So ist das anders. Deswegen fühle ich mich immer so dumm. Komm, geh nicht runter. Eisen. Äh, Creeper. Ich hab Bogen. Laps Latio. Gut. Kannst du nicht ab, doch. Oha. Sind die Mops schlecht geworden. Zwei Schüsse mit Bogen. Komm mal zu mir. Ich bin ganz alleine in der Höhle. Und ich hab drei Herzen. Und ich hab kein Essen. Noch nie hab ich Essen. Sonst will ich aber nicht. Ja, ich hab. Ich hab Garnpowder. Rechts. 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 Ich leuchte nur immer aus, bevor. Ich verwege. Ah, hier ist gar nichts. Hier kommt zu dir. Aber du bist an der anderen Seite. Ich komme noch zu dir jetzt. Ja. Ähm. Mach mal in den Ofen. Hier ist. Wir brauchen Eisenspitze. Hey Junge, welche Höhe sind wir schon? Obwohl wir sind so viel runtergeplumpst. Wir brauchen Eisenspitze. Ja, ich kann eine machen. Soll ich machen? Nein, ich. Auf jeden Fall lass ich mir. Ja, kannst du machen. Kannst du mir Essen geben? Da gibt's ein Blog-Update. Zum Glück hab ich geguckt. Essen! Hier ist Eisen. Mach mal schnell Ofen. Weißt du, was ich jetzt einfach mach? Ha! Meine Werkbank ist weg. Hast du noch eine? Ich kann eine. Da mach, da mach, da mach, da mach. Ich geb dir hier. Ja. Ja. Stell hier unten. Stell einfach da, wo die wissen. Word-Bunch auf. Da. Die müssen wir aber mitnehmen. Ähm. Wie viele Ofen? Das ist deiner. Das ist meiner. Ja. Okay? Ja. Hast du Kohle? Ne. Ich farm grad auch ein bisschen gravel, ne? Also ich versuch zu farm. So. Wie Leute, der Server. Da könnt ihr so viel bauen, wie ihr wollt. Ihr könnt einfach auch suchen. Das ist einfach so wie durchraster.de Server. Durchraster.de. Ich hab's nie gehört. Guck mal, wie schnell man... Ach so, ein kleiner Trick am Rande. Ich brauch Essen. Ich werd weg wieder fast. Brat das mal. Mh. Kann man gravel... Ach, kann man... Aber manche dürfen... Und TNT nützt euch nix. Ist aus. Und Feuer brengt sich auch aus. Das machen wir auf jeden Fall irgendwann mal an. Oder in der Lobby. Wenn da irgendein Block sack ist. Und ich finde raus, wer das ist. Und wir haben so ein Überwachungssystem an den installiert. Ja, dann gibt's Brand. Wo ist mein Ofen? Ja. Was bin ich? Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Darf ich dir Eisenstütz hacke? Ja, hier. Haben. Oh Gott, das war mein Handy. Hier, du musst als erstes was essen. Ich bin schon... Ich bin noch fast voll. Okay. Mal gucken, wie lange das Video schon... Boah, ich geb mir... Immer wenn ich so lange... Wenn ich so denke, boah, das Video dauert schon voll lange. Ist grad mal 5 Minuten wie gerade. Oha! Richtig viel Eisen. Ich geb mir das hier unten mit, ne? Ja. Ein Stück, also ein Eisen, ein Teil. Ich glaub schon. Aber das ist ja besser, wenn wir die erst nehmen. Nimm am besten die Kohle auch nicht. Ich hab alles, wenn ich mir einfach dein Farmer dahinter die alles weg abbauen. Ja, weil ich guck, ich hab die meisten Herzen nicht töten. Guck mal, setzt sich da eine Fackel hin. Aber guck mal, baue ich den hier ab, ist ein Block. Ab, da... Ab, da... Ab, da... Alter! Guck mal! Hinter dir ist richtig viel abgedatet worden. Scheiße! Ich baue, ich komm. Wir haben einfach direkt wieder da, so sind wir grad einfach mal im Kreis gelaufen. Ja trotzdem, da ist viel Eisen. Oha, guck mal, das hat sich alles abgedeckt. Komm, wir nehmen, wir nehmen das mit nach Hause. Wir gehen. Nein! Doch, ich geh jetzt kurz, ich geh nach oben, ja? Ja. Ich töte mich kurz. Ich bleib... Wuuuuh! Mal gucken, hier. Nein, Edgar bewacht natürlich da auch mal eine Stütze. Ein Teil, ein Eisen. Oh. Er hat einen gegen kurz Game Mode bewacht, die Küste. Jo, Leute, wir machen kurz einen kleinen, palmeligen Cut. Wir haben ja gesagt, dass wir nicht fertig sind. Jo, das war's auch schon wieder von diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir haben den Job jetzt verbessert. Das war eigentlich nur ein Scherz, aber okay. Ich hoffe, ihr habt euch einen Scherz gemacht. Ja, Leute, wir drehen uns direkt das nächste Video auf. Heute Abend, kommt da drauf. Eskalier kommt jetzt. Und, Jo, Leute, das war's für dieses Video. Hat euch gefallen. Lasst 3 Millionen Likes da. Und tschö.